...herzgekauft. Das ist eigentlich für Silberarmband, aber ich fand es süß. Aber ich glaube, ich muss es anders platzieren, weil neben dem blauen sieht das kacke aus. Und ich brauche Stopper. Ich bin eigentlich morgen, äh, morgen, gestern. Ich bin gestern nur zu Pandora gegangen, weil ich wollte diese Klipper-Stopper-Dinge haben. Und die gab's nicht. Kein einziges in Gold war da. Wie kann das sein? Also meine Stadt ist wirklich ein Rätsel. Ich check das nicht. Wie kann man das nicht haben? Naja, was soll man machen? Ich komme aus Niedersachsen. Jederschul seit gestern machst du Abi. Danke für deine Rosen. Du hast drei Wochen Ferien. Wo wohnst du? Wie kann das sein, dass du drei Wochen Ferien hast? Ich habe Montag. Ein Friseur-Termin. Und ich werde wieder, ich werde wieder blond. Ja. Toll, oder? Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht mit braunen Haaren. Ich finde, das passt auch zu mir, weil es sieht halt, das ist halt meine Naturfarbe. Aber ich werde wieder blond. Ich hoffe so sehr, dass ich wieder sehr hell werde. Das ist ja schon schwierig, jetzt von braun zu blond zu gehen. Aber ich sage einfach, dass es so hell wie möglich werden soll. Und ich hoffe einfach, dass ich wieder meine blotten Haare zurückkriege. Ich vermisse meine blotten Haare so sehr. Das ist nicht mehr normal. Ja. Ja, wirklich endlich. Ich, ja. Ich hätte den Friseur-Termin so viel früher machen können, aber die hatten keine Zeit. Die hatten wirklich erst nächste Woche Montag Zeit. Also nächste Woche Montag 9 Uhr, glaube ich. Oder 10 Uhr. Muss ich mal kurz schauen. 10 Uhr. 10 Uhr mache ich meine Haare. Und ich hoffe wirklich so sehr. Betet für mich, dass ich wirklich richtig schön blonde Haare bekomme. Und die nicht kaputt gehen. Ja. Ja, ich habe Urlaub. Ich habe die neue. Die ist von K-Sofy. Ich finde die toll. Ich liebe Leo-Muster. Ich finde Leo einfach total cool. Ich fahre da voll drauf ab. Und ich fand es einfach cool. Yeah. Ja, ich mache meine Haare wieder hell. Ich versuche es zumindest. Ob das klappt, keine Ahnung. Ich hoffe es. Jedes Mal, wenn ich dusche, kommt halt jetzt immer noch mal Farbe raus. Deswegen weiß ich nicht, wie das so... Ja, keine Ahnung. Aber ich habe auch schon einen Ansatz. Ich glaube, man sieht das ein bisschen. Das ist so... Ich glaube, das ist hier ein bisschen heller. Seht ihr das? Ja. Nächstes Jahr, Ostern ungefähr, wäre ich fertig. Ich habe jetzt diesen Monat auch meine erste Prüfung. Ich habe ein bisschen Angst. Ich muss einfach nach Duderstadt fahren. Ich weiß nicht, ob irgendjemand Duderstadt kennt. Aber ich habe meine Prüfung in Duderstadt. Ich muss da keine Ahnung, wie lange ich da hinfahre. Eine halbe Stunde, fünf, fünf Minuten. Und da muss ich auch noch einen Parkplatz finden. Ich muss einen Parkplatz finden. Und keine Ahnung, wie viele hunderte von Menschen da eine Prüfung haben an dem Tag. Das stresst mich jetzt schon. Mich stresst nicht die Prüfung. Wie stresst es, dass ich einen Parkplatz finden muss? Und ich muss parken. Das stresst mich so sehr. Das ist nicht mehr normal. Naja, egal. Egal. Was soll man machen? So. Paul, warum lachst du? Warum lachst du mich aus? Das ist von Missinity. Ich lieb's. Ich mache eine Ausbildung zur Einzelhandelskaufrau und ich bin am zweiten Lehrjahr. Also ich muss mich jetzt weiter schminken. Ich wollte heute produktiv sein. Es ist noch sehr früh und ich bin schon fast fertig. Ich habe aufgeräumt, ich habe geduscht und jetzt mache ich mich ready und dann starte ich in den Tag. Besser kann es nicht laufen. Ich habe nämlich überlegt, ob ich nochmal spontan nach Hannover düse. Erstens wegen den Clipper und eventuell kann ich dann endlich den besuchen. Das wäre auch ganz cool. Momentan mache ich leider keinen Sport. Sorry, ich mache wirklich keinen Sport. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Aber ich mache keinen Sport. Ja, wo ist mein Feuer? Ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. Ich habe genug. Ich habe meinem Bruder auch ein paar gegeben. Und meine Mom. Danke für deine Hose. Ich rauche nichts. Nein. Was ist das für eine Frage? Nein. Ja, okay. Eigentlich normale Frage. Aber nein. Ich rauche nichts. Ich habe bis jetzt Conflakes gegessen. Ja. Und eine Kiwi. Ich liebe Obst. Über alles um Kiwi finde ich es so geil. Aber diese goldenen Kiwis. Wisst ihr, was ich meine? Boah, die sind so lecker. Weil die so juicy sind. Die sind so weich und lecker. Boah, die sind toll. Montag habe ich meinen Friseurtermin. Ja, also in der Woche bin ich hoffentlich wieder blanch. Und ja, meine Wimpern gehen nicht hoch. Außer in der Karte jetzt. Das ist doch jetzt einfach blöd. Ich komme aus Göttingen. Ich weiß nicht. Ich fühle Blonde irgendwie mehr. Ja. Ja. Ich bin einfach ein Blondie. Ich habe jetzt die Erfahrung mit Braunen Hand gemacht. War ein cooles Erlebnis, so die Prähe vier Wochen. Aber muss jetzt auch nicht länger sein. Ich gehe gar nicht jetzt auf. Ich versuche jetzt irgendwie ein bisschen zu tuschen. Und wenn nicht, dann klebe ich mir einfach die Blonde an. Ich habe für die Haare 75 Euro bezahlt. Oh, meine braunen Haare. Okay, meine Wimpern. Ich weiß nicht. Man sieht das, glaube ich, nicht. Man sieht meine Wimpern gar nicht. Das ist das Problem. Meine Wimpern sind einfach dünn und lang geworden. Dünn und lang. Was soll das? Also ich benutze momentan wieder das Lash-Cocaine, das neue. Und meine Wimpern sind lang geworden, aber dünn. Und dünn und lang bringt mir überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die sind so dünn. Man sieht sie nicht mal. Was bringt mir das? Hat irgendjemand einen Trick, was ich für ein Serum kaufen kann? Dass meine Wimpern endlich mal geil werden? Das Sinsen Lash Serum hat bei mir absolut gar nichts gebracht. Ich habe das sehr, keine Ahnung, ich habe es auf jeden Fall leer gemacht. Und ich sehe keinen Unterschied. Und das fand ich ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, warum das bei meinen Wimpern nicht funktioniert. Naja. Ich weiß nicht, warum das bei mir ist.